so moin geht direkt weiter willkommen hier zurück zu lara croft dem remake von 1997 2 und weiter geht's und ich glaube ich guck erstmal da hinten da war auch noch ein gang letzten folge war es ja echt ja nicht so schön hat ein bisschen alles gedauert so da drüben ist ein medipack sehe ich ein medipack beziehungsweise ja auch ein großes medipack wir gehen das noch mal mit den waffen ich weiß nicht ob ein tiger kommt na wer der letzte folge gesehen hat weiß es lieben noch zwei tiger das auch was bisschen dunkel ich könnte die flair anmachen aber ich habe nicht mehr so viele flares da geht es auf jeden fall tief runter ist die frage hier lang oder hinten lang wo ist der hauptweg ich glaube ich muss hier rechts und dann rüber ich muss da hinten rechts ich versuche mal wieder rüber gesprungen kommen rüber so und da komme ich glaube ich hoch wenn ich hier links lang gehe so da geht es auch weiter Das ist zu weit, ne? Da komme ich doch nicht rüber. Nein! Da komme ich doch nicht rüber, komm. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wenn wir dann Brief. John Burpings. Was? Burpings. John Burpings Explorer. 12. September 1984 und so weiter und so fort. Könnt ihr das selber lesen. Ich erwähne es nochmal gerne. Also mein Englisch ist für ein Popo. Für ein Popo und ja. Könnt ihr gerne ein Video passieren. Euch das selber durchlesen, wenn ihr der Sprache Englisch mächtig seid. Komme ich doch wieder zurück, sonst... Ja. So. Da geht's raus. Aber hinten war ja auch noch was. Muss ich hier lang? Ist die Frage. Nee, hier kann man nur gucken, Lara. Hab ich schon erwähnt, dass die Grafik echt bombastisch ist. Bombastisch ist ja sehr schön, auf jeden Fall sehr schön. Ich höre die Tiger noch. Ich höre sie noch. Dann denke ich mal, dass es hier weiter geht. Da vorne rausspringen, runderjummen, dann rüberspringen und da hochhangeln. Ja, ich versuch's, ne? Oh, Moment mal. Mein Joystick hat sich verabschiedet. Ist gar nicht drauf geachtet. Ah, jetzt. Die Batterien gleich leer sind, also die Akkus, da muss ich nämlich mal wechseln. So wie war der Spring. Mit A. Nein, spring doch. Oh, Lara. Oh, Lara. Oh, Lara. Oh, Lara. Oh, Lara. Live ist live, ne? Ich weiß nicht, warum sie nicht springt. Nein, Lara, nicht wieder sterben. Wir schaffen das schon. Und mein Akku ist, glaube ich, echt alle. Moment mal. Meine Akkus. Ich muss gerade mal wechseln. Ich hoffe, die anderen sind aufgeladen. Jetzt hab ich ein Problem. So müssen wir das mit beenden. So müssen wir die Tage weitermachen. Weil die ganzen Folgen, die in letzter Zeit jetzt rauskamen. Ich glaube, das fehlen Detail jetzt momentan schon. Alles im einen Tag aufgenommen. Oh, ihr seid live dabei. Okay, fast live. Muss ich hier noch Paraderien wechseln. Akkus. Aber man sieht ja auch, ich brauche ein bisschen länger, ne? Ich spiele ja gerne mit Lara. So. Ich hätte jetzt gerne mal wieder einen Checkpoint oder nochmal das machen. Nein, nein, nein. Nein. Ich glaube, ich muss da rechts rüber, ne? Sieht schon mal wohl. Ne, wir schauen mal. Oder muss ich jetzt tauchen? Ne. Da oben geht's nicht hoch. Die kann sich doch nicht da festhalten, oder? Ne, das ist doch kein Vorsprung und gar nichts. Ah, muss ja. 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 So, hier rechts. Ich glaube, lieber nicht. Den rutsche ich wieder runter, ne? Ich würde das gar nicht versuchen. Nein! 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 Ich weiß... Genau, gib mir den Checkpoint. Oh, bin ich zufrieden. So, jetzt da so rüber. Ich glaube, da drüben am Stein muss ich mich ranhangeln. Und jetzt hier fallen lassen oder da drüben? So, geradeaus. Nope. Tot. Ja, aber es gehört dazu, ne? Kann ich nur wiederholen? Das wäre fast wieder abgestürzt. Nee, da geht's runter. Da muss ich da unten runter. Da geht's raus. Kann sie sich hier ranhangeln? Nein. Ist da ein Vorsprung? Nee. Da bin ich eben hingesprungen, ne? Da bin ich abgestürzt. Oder bin ich nicht gerade gesprungen? Ich versuch's nochmal. Ich glaube, da unten... Nee. Nee, glaube ich nicht. Nee. Okay. Okay. Muss ich hier lang? Nein. Nein. Boah. Ich muss auch nach oben, ne? Oder muss ich nach oben? So, da drüben haben wir einen Vorsprung. Hier unten geht's nur in den Tod. Ah. War ich eben auch schon, ne? Ich glaube nicht. Was? Schieß doch! Lara! So, jetzt hier in der Kante, ne? Nein, ich spring hoch. Oh, 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 oh. Checkpoint. Mann, da muss ich gerade mal ruhig sein. Concentration, der Mann, also auch, ne? Konzentrieren. So, jetzt bin ich da, wo das... Ja, auf der gegenüberliegenden Seite da hinten. Von da hinten bin ich mal gekommen. Meine Güte, warten Stress. Machen wir noch ein paar Minuten? Wir machen noch ein paar Minuten, ne? Und die Fels und das Sterben, das gehört einfach dazu, ne? Ja. Spinnis. Spinnis. Nice. Gab's früher auch. So, da geht's runter. Da geht's runter. Da ist eine Tür. Ich hab ja einen Schlüssel mal eingesammelt. Ist der Schlüssel dafür? Denk mal schon. Ich glaub, Fässer und sowas kann man nicht zerstören. Oh, Midi-Pack. Small Midi-Pack. Mehr ist hier aber anscheinend nicht. So, ich würd sagen, bevor wir durch diese Tür gehen, machen wir hier einen Cut. Und ich werde noch eine Folge machen, solange es dauert. Und mit den Fails auch. Ich werde es nicht rausschneiden. Das gehört dazu. Ich hoffe, mein Akku macht das noch mit. Hier mein Controller, weil sonst muss ich. Und zwar nicht. Ja, ich hab doch schon Bock, es weiter zu spielen. Wieder normale Batterien reintun. Oder ich muss mit der Tastatur weiterspielen. Was ich eigentlich ungern möchte. Ja. Danke fürs Einschalten. Alles weitere zu Lara Croft. Zu dem Spiel. Zu der Demo. Zu dem Remake. Alles in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.